Musik Wir sind hier in Berlin. Das ist natürlich ein Schmelztiegel an Innovation, an Kreativität, von der natürlich eine Informatikforschung auch sehr stark profitieren kann. Wir sitzen auf der Friedrichstraße, also wo könnte man sich einen besseren Ort vorstellen in Berlin. Am FZI zu arbeiten ermöglicht den jungen Menschen in einer wunderbaren Vielfalt an Themen der Informationstechnik zu arbeiten, sich mit Projektpartnern aus ganz unterschiedlichen Branchen und Unternehmenskulturen auszutauschen, um mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und natürlich bietet durch die Verbindung zu Professoren die Rolle der Direktoren am FZI, dass FZI auch die Möglichkeit zu promovieren. FZI 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 FZI